Ich find's gut, dass du einfach gar nichts bestätigen musst. Ich bin einfach da, in dem Spiel. Du hast auch keine animierte Maus, oder? Nee. Kein. Das war Sandy wegwerfen, ich bin heute auf. Was? Na, klasse. Okay, 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 Steuerung, 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 Steuerung. Steuerung. Waaaaaah, shit, ich, hä, hast du dich selber umgebracht? Ich war gegen den Achtkomm. Geil, ich hab in die falsche Richtung gezielt, ich weiß nicht warum, ich glaub, du hast mich irgendwie umgedreht. OPP, easy, headshot, was, ich hab, ich hab ne Errungenschaft, headshot. Easy, headshot, was, headshot? Nein, verpiss dich jetzt damit. Nein, ab, heißt ab. Wie oft muss ich dich eigentlich schlagen? Was machst du mit Kieferindings? Ja, meine Taschen umstellen. Ab. Hallo? Oh, die Waffe ist kaputt. Okay. Ja, ich hab jetzt gerade einen Singleplayer- einen Singleplayer-Platformer gespielt. Und beim Platformer ist einfach unglaublich wichtig, wie deine Taschen gelegt sind. Ich mach 7-ups. Wie deine Taschen gelegt sind. Lass mich raus. So und so, dat. Hahaha. Yo! Speer. Oh Gott, ich hab eine Waffe weggeworfen. Ich glaub nicht, dass du den Satz jemals zu Ende bringst. Huuuuh. Und? Hahaha. Was ist das? Und ich bin jetzt gerade die, äh, die Taschen von diesem Singleplayer-Spiel gewohnt. Ahahaha. Hahaha. Schwerkraft. Schürf einfach. Hahaha. Ich hab nur nach unten gedrückt gehalten. Mein Dude hat voll mächtige Schwerkraft abgekommen dadurch. Ja, du mich auch. Hahaha. Hahaha. Nein. Nein. Oh, damn. Ich bin durch die Kiste durchgebackt. Oh, nice. Ähm. Mein... Getränke ist leer. Hahaha. Schlecht für dich, weil du sterben musst. Deine Waffe ist auch leer. Scheiße. Scheiße. Geblatt. Waaah. Hahaha. Ich hatte plötzlich was in der Hand. Oh. Oh. Oh, Rapp. Summonis Loading. Oh, Summonis Raus. Summonis Raus. Anstürz, äh, auf vier Spieler gemacht? Ja, aber der ist direkt, äh, als auf randoms Können reinscheinen und vier Spiele das Maximum. Okay, geht nicht durch. Oh, 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 oh. Genau. Du... durch den Boden durch, ist klar. Gigi Easy. Oh, Ripp, 503. Wir sind vier. Okay, ja. Der Grüne ist auch da... Oh. Ah. Äh. Was war das? Okay. Du hast gewonnen. Oder auch nicht. Hä? Das fängt ja gut an. Das ist auch so geil, dass das Ziel nicht funktioniert, weil es dein Spieler schneller dreht, als er sich wieder auf dein Ziel konzentriert. Ja, deswegen habe ich mich mit der Shotgun, mit dem Rückstoß selber umgebracht gehabt. Hä? Was passiert hier? Ich glaube einfach, der andere ist einfach nicht ganz reingeladen. Vielleicht musst du sterben. Vielleicht klappt es jetzt. Der Grüne hat gerade dadurch gewonnen. Ja. Aber ist okay. Alles klar. Welcher bin ich denn? Ach, war gelb, ne? Gut. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, ich bin gelb. Alles ist einfach passiert. Alter. Oh je. Ich bin komplett geflogen. Der Rot hat irgendwie gewonnen. Mit vier Spieler hast du irgendwie Zeit zwischendurch, dich kurz zu bewegen. Ja, stimmt. Sprach her und war tot. Bye. Oh Gott. Jo, ich habe Ace bekommen. Wofür? Äh, keine Ahnung. Okay, ich glaubste, ich habe gerade Zeit, nachzugucken. Also auf jeden Fall nicht schief. Äh, äh. Ich bin tot. Okay, jetzt kann ich nachgucken. Töte alle drei anderen Spieler. Okay, ich habe alle drei getötet gehabt. Wie hat der mich jetzt gefickt? Irgendwas exkidiert. Ah, da hast du dich raus. Nein, ich bin auch raus. Okay, dann ich gegen Grün. Also, der minimalste Überhang geht nicht zum Problem. Oh, ich habe gewonnen. Ich hatte keine Waffe im ganzen Match und habe gewonnen. Entschuldigung. Also, die, die Wand muss exakt, äh, äh, vertikal sein. Was passiert hier? Oh, ich bin tot. Das Level ist so heftig, wenn du hinten bist. Und damit hast du mich vorhin in Sekunden gekillt. Jawohl. Du hast gewonnen, nice. Wie auch immer du das geschafft hast. Äh, ich habe mich nicht bloß auf die Dinger konzentriert, sondern auch geschlagen. Okay, was ist das? Was ist das? Oh. Scheiße. Ich habe irgendwelche komischen Minen gelegt. Und habe mich dadurch umgebracht. Oh, pff. Ich bin tot. Ja, ich auch. Ich habe mich instill selbst umgebracht, weil ich S gedrückt gehalten habe. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, gut, der hat mich gerade gefickt. Und zwar so richtig. Ja, oh, fuck. Oh, ich wurde auch... Ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Ich war der Letzte, der gestorben wäre. Oh, je. Oh, nein. Oh, ii. Ah. Ding, ding, robberleber. Ding, ding, ding. Ah. Ich weiß nicht, weil ich gestorben bin. Ich glaube, durch den Laser. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin einfach... Ich war völlig unkontrolliert. Oh, Gott. Dasselbe mit Treadmill. Okay. Okay. Der Grüne ist echt gut. Bäh. Lange. Der Rote ist so lala, aber der Grüne, der fickt auch immer direkt am Anfang. Der heißt auch 3, 3, 4, 3, 7, 3. Ich bin tot. Ich bin direkt runtergeschwundet. Der hat einen Lead-Namen oder so. Kann nur gewinnen. Okay, jetzt klopfen sich die Radoms. Easy. Der könnte noch halt. Pistole. Uzi. Uzi. Wie schlägt der mich immer raus? Der hat doch... Guck mal, der tanzt bloß blöd vor sich hin. Der macht sich natürlich losstieg. Er hat die Pistole in die Fresse geworfen. Geil. Das war... Der verschleicht Sonne. Guck mal, was ich mach. Guck mal, was ich mach. Ich wähle mit den Füßen. Okay, der wartet auf Waffen. Ich mach Sit-Ups. Okay, ich steh mal auf. Ja, ich krieg dich jetzt recht. Nö. Mach's nicht zu auffällig. Ups. Hallo? Bin ich tot? Du Arsch! Warme. What? Hast du es gesehen? Ja, du lebst noch. Du lebst noch. Das hab ich nicht gesehen. Der hat dieses Ninja-Teleportiermesser gehabt. Aber der merkt grad auch, dass wir besser werden. Ah. Ah, was? Äh, alright wahrscheinlich. Alright. Er hat gemeint, dass Grün cheatet, weil er sich teleportiert. Aber ich hab gesagt, nee, das ist das Messer. Das kann DAS! Alles gut. Ah, ich hab den Chat gefunden. Äh, enter. Ooooooooh! Okay. Die, 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 die ist gut. Nein! Please! Ich starte schon wieder neben dem. Ich starte immer neben dem. Ja. Das nervt mich so richtig. Weil du halt Spieler 2 bis in der Spiel 3 oder sowas. Ja, schuld. Au, du Bastard! Hab ich dich gefickt? Ja, voll ins Gesicht. Ins Gesicht gefickt? Hab ich dich ins Gesicht gefickt? Das Problem war eher... Ähm, bruh, my target. Das Problem war eher, dass mich... Du hast mich nicht getötet. Du hast mich, ähm... Because you're too handsome. Äh, der Rückstoß hat mich einfach aus dem Spiel gepfeffert. Geh weg, Rot! Geh weg, Rot! Krass, wir haben das gerade alle überleben. Also, dieser, dieser Schlagangriff auf jemanden drauf, der pfeffert dich halt schon ganz weit in die Richtung von dem. Ich kleb da an, aber... Ooooooh! Was macht die Waffe? Ich weiß es nicht, aber ich schieße! Ah, gelegt mit dem Ding! Oh, die macht mich tot. Gewonnen! Ah, es war da. Es war eine Rote. Irgendwie. Puh! Hahaha, was sah ich raus? Ich hab's nämlich gefickt. Nein! What? What, 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 what? Nein! Hahaha! Hahaha! Ich leg halt nur da und strappe mit dem Bein. Und es funktioniert halt irgendwie. Nee, ich geh auf Grün, nicht auf Milch, ich verpiss... Oh Gott, es geht zusammen! Ich bin tot. Damn green, how so fast! Das Match ist schon hart, fast-paced, Alter. Hahaha! Hahahaha! Ihr wurdet alle von dem Scheiß-Ball getötet. Oh Gott, das ist... Fried ist tot. Oh mein Gott, das ist... Ah! Ich bin tot. Hahaha! Destroyed! Hahaha! Geil! Ich klopfe euch alle! Nein! Ich bin jetzt mit Halsschwingschott. Der Typ hat die Kette zerschossen und hat den Boden einstürzen lassen. So easy. Hä? Ach, ich bin gelb. Alle sind verwirrt. Selbst das Spiel ist verwirrt. Car reach! Alter, pfff! Okay, ich musste lesen und bin gestorben. Ich will die Wache holen, aber ich komm nicht hin. Ich kleb da so zwischen den Stacheln. Geil. Weg von mir, ich wohne hier. Ok, Grün ist einfach weggerannt. Ah! Verpiss dich! Ich glaub, du hast mich umge... Nee, ich hab gewonnen! Du hast mich in den Boden reingepasst. Geil. Oh Gott. Das Spiel ist so neben. Das Spiel ist so neben. Frag mich, ob es da auch so eSports-Tournements gibt. Ah, shit! Ich glaube halt nicht. Ich glaub, es ist zu RNG. Du hast den Boden zerstört und mich dadurch umgebracht. Ich fahr da unten voll safe, aber dann nicht mehr. Ah, der Boden! Der Boden! Also, ich hab so langsam grüns Taktik verstanden. Dreckschlange. Alter, sind so viele. Rot hat gewonnen. Irgendwie. Ja, okay. Too many stecks... Alter, wie schnell tippst du, eh. Nipp, Nopp, Nopp, Ach, ich bin tot. Fucking badass. Zerstört den Boden unter ihm. Killt alles. Ich bin ein bisschen racist, zu be honest. Ich bin nicht da. Nein! Ja, okay, jetzt bin ich nicht mehr da. Ich hatte keine Chance gegen den. L. Nein! Ah, ich klebe, 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 ich glaube nicht, dass du es umkriegst, nein, nein, grün hat die Schlangenkoschka, grün stirbt gerade an der Schlange und rutschliegt aus dem Bild und ich verstecke mich. Ah, Schlange, 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 geh weg, du trägst mich. L. L. Er hat gewonnen wegen der Schlange. Ich habe gegen die Schlange kämpfen müssen, er hat verloren. Nein! Dammit. Ich gehe deswegen dabei, ich gehe in der Schlange. Ich gehe in die Sprache, ich gehe. Ich gehe in die Sprache, ich gehe mit ihnen. Okay, ich gehe in die Sprache, ich gehe jetzt. der Eger. Jeder labert irgendeinen Schmachsein Eichengeld. Shit! Nein! Hör auf damit! Nein! Du Wahnsinn, Digga! Du Wahnsinnig! Ganze Scheiß-Map in die Luftgejagd. Also dieses Springen und Ducken ist brutal viel wert. Wenn du damit so schnell Zeug machen kannst. Ah shit! Bye! Best! Nice! Der stand bei mir grad auch dran! Nice! In rot! What? Grün macht das Sinn! Guck mich an! Stramm-Demisch! Alter! Panik! Jetzt kommt der! Zollte die Wachen! Ich bin tot! Ich bin tot! Der ist so cute! Oh mein Gott! Ness! Like Sneaks! Ah damn! Die Trallen von der Wand ab! Die Assis! Stimmt! Erinnerst du dich an einen Towerfall? Das haben wir auch noch! Ja stimmt! Krass! Ich hab's ja gar nicht gesehen! Ich hab's ja gar nicht gesehen! Du doch mitten am Reden ganz gechillt und ich sterbe einfach! Ja ähm! Ja! Und grün und rot spielen jetzt das Waiting-Game! Ready? Der Kommentator im Untergrund! One! Wack! Wack! Ha! 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 Und rot macht gar nix! Ha! 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 Das wäre voll entfassend! Du hast gesehen wie Rot... Ja, 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 nee, 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 ja. Rot war sehr unsicher. Rot wollte aber hat... Okay, Grain, you're my son, so I'll jump. Ich schwimm, guck mal, ich kann rudern. Ich rudern. Ich kann rudern. Du kannst gar nicht, du kannst sterben. Okay, wenn du so willst. Oh, bro, you're stupid. I'm watching Pornhub. Shut the fuck up. Ich... Aaaaah! Ähm... Ball, don't. Forward, dude. Los, schnapp dir die Superwaffe. Ich weiß keine Ahnung, was das, wenn die Waffe ist. Grün kriegt die Schlangenwaffe. Oh, er stirbt. Ah! Mein Gott, wie hat er die Waffe? Wie hat er die Waffe? Wer hat die Waffe? Ich hab die Waffe! Grün hatte die Waffe! Ihmann hat die Waffe! Du hast die Waffe! Ah, ich bin tot! Ich wurde zermatscht. Boop! Du hast meine Leiche weggekickt. Okay. Oh Gott, da kannst du durchschlagen. Ah! 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 Klebsstų hier! Oh, da spawnaste! Pew! Ha! Nice! Was? Hm, war nur ein Schuss? Ja! Ich hab ein Schiefe bekommen. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt zu spielen nachdem wir vorhin so lange Pause gemacht haben, ug ah, okay. Skills. Hahaha! cuz distress heyniknter Oh, nice! Yo! Oh, verdammt! Ah! Oh, damn! Ah, nein! Lol, ich war im Boden! Oh, oh! Lauft! Lauft! Oder eben nicht! Weg da! Ah! Nein, shit! Oh, ich hab mich selber gelasert! Vorsicht, laser! Das war knapp! Oh, oh! Alter! Fucking grün! Ah, da kann man durch und da kann man schließen! Oh, fuck! Ich hab schon hier auf den Wald und geschaut! Rot weiß nicht wie er gestorben ist! Oh je, ich hab Angst! Ah! Jetzt hab ich noch mehr Angst! Huh! Gut, der... Easy! Ich hab gewonnen! Ich hab doch erstmal grün töten lassen sollen! Ja, du hast ihn getötet und ich hab dich getötet, alles gut! Du bist ein Zigeuner und ab jetzt mein Feind! Und bin tot! Ich wusste gar nicht, dass wir in einem Team sind! Ich hab am Anfang gemeint, dass wir das vorsichtig zu auffällig machen! Ah! Deswegen hab ich den ersten Schutz! Guck mal! Der hockt da! Der lebt da! Ja, der... Das gibt's nicht! Der rote Sturm gerade! Die, die, die! Oh oh! Not cool! Ich stand halt nur unter dem Dach! Nein! 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 Alter! Der hat mich aus der... Map rausgeschossen! Der grüne lebt noch! Der rote nicht mehr! Das ist nur für euch! Neun! Ok! Haha! 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 Oh damn! Das war aber auch knapp ey! Das hätt' jetzt noch schief gehen können am Ende! Piu! Piu! Oh oh! Lazy Schwarz, ihr seid der Warsch! Was kann das? Er soll's werfen, das kommt bestimmt zurück! Aua! Ich bin tot! Das ging schnell! Throw it, butt! Er kam nicht mal dazu! Ey, grün geht mal auf den Sack! Mal geil, so ein Baller, der ist eigentlich im super Ding rum! Ähm, wie komm ich da nicht hoch? Okay! Wie weit das mich wegballert? Grün ist auch raus! Grün ist auch raus! Okay, dann nur wir zwei! Piu! 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 Piu!